Das ist in der Text. So, wir waren aber überhaupt nicht synchron schwimmen unterwegs. Ich stand in der Schlange, die Münchse in der Hand. Mir wurde Angst und Bange, als ich im Bäcker stand. Du warst keine Schönheit, doch das war mir egal. Ich stand auf deiner Arbeitskleid, hatte keine Wahl. Den ganzen Marmorkuchen drückt dich an mein Herz. Vorbei war meine Suche, vergessen all mein Schmerz. Ich wollte deine Seele, 1,50 wolltest du. Ich schob sie in den Mund hinein, du schautest einfach so zu. Du warst eine Bäckerei, Fachverkäufer. Sternchen im und wegen des Silber-Trettung ist das für das Lied ganz schlimm. Scheiße. Nächste Strophe. T. Meier stand auf deinem Schild. Aus der Bäckersblume schlägt dich aus dein Bild. Ich wollte Brötchen kaufen, du gabst mir Spritzgebäck. Du hielst die Tüte hin und ich hab's reingesteckt. Meine Laugenstange hieltest du ganz fest. Ich bestellte noch nen Donuts, Zucker abgeschlägt. Das Wechselgeld gabst du mir in meine warme Hand. Ich wollte nicht mehr fort von hier, hab mich an dir verbrannt. Sehpunkt Mayer, Mayer. Sehpunkt Mayer, Mayer. Sehpunkt Mayer, Mayer. Wir müssen weitermachen, hier, da geht's weiter, sie hat's jetzt so, hey, wir müssen weiter singen. Brezel will ich machen, die ganze Nacht mit dir, lass es an mir krachen, für immer bleibst bei mir. Ich bin dein armer Ritter, frisch mir das Brot, zerstreut wie Schokosplitter, leg ich auf dein Schoß. Ich bin dein kleiner Zimtstern, du mein Dinkelbrot, jetzt ist das Blatt zu nass, ich kann's nicht wenden und da geht's. Das Salz auf deinem Becken, mein Herz von dir bedroht, dein Leib befriedigt mich, am besten aus Volkorn. Du gibst mir einen Begel, ich reich dir mein Butterhorn. Zipon, Meier, Meier, Zipon, Meier, Meier, Zipon, Meier, Meier. Doch ich war nicht Brad Pitt für dich, sondern Bernd das Brot, du hast mein Herz gebrochen, so wie Knäckebrot. Denn vor mir in der Schlange, ich hab es gleich gesehen, gabst du nem anderen Manne ganz nett in die Hand ein hartes Baguette. Frustriert ging ich zum Metzger, bestellte bei D.Schmidt von meinem ganzen Restgeld 75 Kilogramm Metz und nahm D.Schmidt ein Fach mit. Der Paul Schmitt, 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 De Paul Schmitt, De Paul Meier, Meier. Ja, das war's. Tschüss.